Liebe Auserwählte Kinder Gottes, manche von euch haben Gott Fragen gestellt in Bezug auf bestimmte Ereignisse und herausfordernde Situationen in eurem Leben, die ihr nicht ganz versteht. Und Gott sagt zu euch heute, wenn ihr das ganze Puzzle seht, dann wird alles einen Sinn ergeben. Das heißt, wenn ihr das ganze Bild seht, dann werdet ihr die vollständige Erkenntnis haben. Ihr werdet verstehen, warum es wichtig war, einen bestimmten Weg zu gehen und nicht einen anderen Weg zu wählen. Ihr werdet verstehen, warum manche herausfordernden Situationen in eurem Leben sogar wichtig waren. Der Herr gab mir zwei Bibelstellen für euch. Die erste ist aus dem Buch der Sprichwörter, Kapitel 3, Vers 5. Mit ganzem Herzen vertrau auf den Herrn, bau nicht auf eigene Klugheit. Und die zweite Bibelstelle ist aus dem Buch Jesaja, Kapitel 55, Vers 8. Das ist also ein Wort der Ermutigung für all jene, die noch auf einen Durchbruch warten. Gott hört eure Gebete, Gott sieht euren Eifer und er sagt zu euch, wenn ihr das ganze Puzzle seht, dann wird alles einen Sinn ergeben. Halleluja! Reisen wir den Herrn!